weiter geht's mal anschauen 3 hallo würde dir super gerne helfen aber ich hab halt jetzt schon Munition verloren weil ich zweimal super dumm geschossen habe anscheinend geht's auf der anderen Seite raus ist bestimmt irgendwo ein Schatz oh wenn ich ja wenn man davon redet bist du okay ja ja fantastisch vielleicht können wir durchs Fenster raus ja ich weiß schon wo du mich hinhaben willst Dankeschön aber ich nehme auch stark an dass wir irgendwas dafür machen müssen zum Beispiel Gabelstapler fahren nein wenn wir rankommen wenn wir den Gang rausnehmen können wir es bewegen ich schiebe du längst okay okay das Steuer ist tatsächlich auf der rechten Seite ich wollte das nur wissen nicht dass da hier ein riesiger Logikfehler gewesen wäre aber nein alles gut so bergauf können jetzt hast du mal nach Schlüsseln geguckt schieb weiter okay du hältst es und ich steig aufs Dach alles gut au ja ich kenne das Gefühl nur zu gut sich so die Finger zu klemmen deswegen tut mir das gerade noch mehr weh irgendwie bis jetzt keine Gegner das finde ich tatsächlich mal erfrischt und hier waren wir schon ja ja kommen wir gleich zu ich öffne die Tür Moment hier waren wir schon wo soll ich zwar jetzt bin ich gerade verwöhnt ich hätte gerne weiter an die Schallgenämpfte Pistole aber natürlich gerne die Shotgun Hi ja gerne geschehen auch wenn du eigentlich gerade hättest oh shit okay das habe ich jetzt nicht erwartet ja das habe ich jetzt nicht erwartet wie ich gerade sagte ich bin dann mal weg oder auch nicht scheiße scheiße hinter dir ich habe ja nur noch zwei Schlüsse oder viel danke oh shit runter runter hinter dir okay jetzt habe ich gar keine Schlüsse gut schön dass wir darüber gesprochen haben so ich hätte gern auch die Maschinenpistole so ich hätte gern auch die Maschinenpistole vor kurzem sagen jagst du dich gerade selbst in die Luft sehr schön wunderbar gleiches Spiel ja es könnte nochmal klappen boah ja lass uns das doch nochmal schieben super Idee schieben wir den Scheiß nochmal aber okay und wir sind schon mal ja nicht ruhig gewesen das heißt wir haben auf jeden Fall schon mal Aufmerksamkeit auf uns gelenkt und es es rollt weg es rollt weg es rollt weg das ist nicht gut das ist wirklich nicht gut runter 28 Schuss mit der Schall gedämpften Pistole oh mein Gott oh mein Gott bin ich schlecht mein meine Güte guck mal 28 Schuss mit der Schall gedämpften nicht boah ich ziele gerade wie ich weiß nicht was da hinten ist ein Schatz wir wurden entdeckt ja das war's mit dem Überraschungseffekt wir müssen die Kerle schnell ausschalten Halt den Kopf unten das scheinbar wunderbar funktioniert oh shit oh haha kommt die Shotgun aus nächster Nähe können wir das nochmal versuchen mit den Stealth bitte zuh das war es mit dem überraschungseffekt ich kann man echt nicht ziel mit dem controller überhaupt nicht was macht er da ok was ich weiß dass sie unglaublich viel schaden machen die gegner dankeschön ich habe die antwort auf die frage schon gefunden dankeschön ist er tot nein oder immer noch einige du sagst so schön weg hier aber wie soll ich das deiner meinung nach machen was ich nicht vor eigentlich ich komme hier nicht raus nein 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 ok Okay. Dankeschön. Okay, wunderbar. War's das? Okay, folge mir. Ja, folge mir, genau. Heilige Scheiße. Ich nehme fast an, wir müssen hier hin. Nö. Folge mich. Ja, wir sind total leise gewesen, würde ich behaupten. Unglaublich leise. Okay, sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich werde, ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was zum, was machst du? Elena, hör zu. Ach, verdammt. Ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein. Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen eins zu einer Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Dass du schüppst, ist egal. Du hast nicht viel Zeit. Geh. Okay. Jetzt hab ich wieder eine gesilenced Episode, wo ich die gerade noch nicht hatte. Ich hatte gehofft. Okay. Zu viele. Way too much. Ich hab nur vier Schuss. Wie soll das denn funktionieren? Hallo? Schon mal drüber nachgedacht. Passt dir nicht auf die Knappe. Achso, ich hab einen Wettlauf gegen den Zeitfeld. Ich hab einen Wettlauf. Boah, WTF? Jetzt muss ich nicht mehr zu spät gekommen. Ähm. Halt ihn ruhig! Nach links! Nach links! Achso, ich muss das lenken? Ein Stück weiter! Noch weiter! Ein Stück mehr! Springen jetzt! Oh Mann! Well, we did it! Somehow! Ob die wissen das denn jemand wie ich an boord bin? Blinder Passagier! Kapitel 17! Oh Gott! Oh Gott! Ah! 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 Okay. Nein. Ich mag nicht auf dieser Seite sein. Wo krieg ich meine Pistole bitte wieder? Oh shit. Oh scheiß. Ich würde gerne hochklettern bitte. Jetzt muss ich ernsthaft erzählen, dass jetzt noch hier irgendwelche Leute auf mich ballern. Ich kann nicht zielen. Also ich kann den gerade nicht angreifen. Der Flieger brennt und ich hab's verkackt. Irgendwie sterbe ich in diesem Spiel irgendwie nur noch. Wo habe ich jetzt die neue Munition? Von wem oder was oder wo? Oh. Oof! Boin, Moses! Ähm, okay, wir nehmen dieses Paket. Na ja, schön und gut. Mitten in der Wüste. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung... Okay, also das ist so eine ziemlich beschissene Situation, mitten in der Wüste. Okay. 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 Okay.